Meine lieben, lieben Horror-Hörer, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Watchpad Horror und auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr dieses Video sehen werdet, bedeutet das, dass ich in ein Flugzeug gestiegen bin und wahrscheinlich immer noch im Flugzeug sitzen werde. Weil ich mich nämlich auf dem Weg nach Taiwan beziehungsweise Neuseeland befinde. Und ja, genau, ich werde in Taipei mich etwas aufhalten, das ist die Hauptstadt von Taiwan, und werde nach Neuseeland fliegen für über einen Monat, für irgendwie fünf, sechs Wochen. Und ja, ich habe natürlich, werde ich vorproduzieren. Das heißt, ihr werdet weiterhin jeden Sonntag mit wunderbaren Geschichten versorgt. Und ich habe mir auch gedacht, dass ich ja diesen Anlass oder dieses Ereignis als Anlass dafür nutzen kann, eine neue Geschichte zu beginnen. Natürlich gilt auch wieder bei diesem Mal, dass wenn ihr Vlogs darüber sehen wollt, die ich unfassbar sehr gerne machen würde, also ganz ehrlich, vielleicht erzähle ich dazu auch noch mal etwas. Falls ich diesen Vlog machen soll, dann werde ich darüber auch noch mal was erzählen, so gesehen, warum das so unfassbar wichtig für mich ist. Ähm, also, falls ihr Interesse dran habt an einem Neuseeland-Vlog oder halt an mehreren, so wie bei Nordamerika, und an einem, wo auch so ein bisschen Taipei mit drin ist, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder ich pin wieder einen Kommentar an und frag euch danach. Weil das würde ich schon sehr, sehr, sehr gerne mit euch teilen und so weiter. Also, wie gesagt, wenn ihr Interesse dran habt, dann liked den Kommentar oder schreibt ganz groß Ja mit einem Ausrufezeichen drunter und so weiter. Und dann sehe ich das und dann werde ich eine Entscheidung treffen. Es handelt sich auf jeden Fall wieder um einen Roadtrip, wo ich die Nord- und die Südinsel von Neuseeland abfahren werde. Und, äh, genau, nur so zur kleinen Info, was ich jetzt die nächsten Wochen, wie ich da meine Zeit rumkriegen werde in den nächsten Wochen. Egal, wie gesagt, neue Geschichte, äh, super Anlass dafür. Ich habe viele Nachrichten von euch bekommen. Unter anderem hat mir Necessary XX geschrieben und hat mir eine wunderbare Geschichte zukommen lassen. Und, äh, da hab ich mir so gedacht, die können wir ja mal lesen. Weil es wieder eine Sparte bedient, in der wir uns lange nicht mehr aufgehalten haben. Und die vielleicht auch viele Leute von euch, äh, kennen. Oder wo da viele Leute von euch vielleicht auch Fan von sind. Und ich mag es ja sehr, euch zu quälen. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Ja, ihr seht richtig, es handelt sich um eine Julian-Bam-Fanfiction. Wahrscheinlich kommen auch noch andere YouTuber drin vor. Ich, äh, persönlich bin jetzt kein Julian-Bam-Suchti oder so. Also, ich gucke ihn jetzt nicht so oft. Aber natürlich kenne ich ihn und so weiter. Und wenn noch andere YouTuber drin vorkommen werden, werde ich die höchstwahrscheinlich auch kennen. Also, ja, äh, alle Leute, die ich damit jetzt quäle, es tut mir nicht leid. Weil, ihr wisst, äh, die One-Directioner mussten schon oft genug durch und wäre nicht sonst noch alles. Also, ihr seid jetzt auch dran. Let's go. Ein Blick in den Klappentext verrät natürlich einiges mehr. Seit ich auf der Welt bin, lebe ich hier im Kinderheim. Ganze elf Jahre wurde ich gemobt. Punkt, 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 Punkt. Aber das wird sich jetzt und hier ändern. Punkt, 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 Punkt. Hier in Köln werde ich ein tolles, aber auch verrücktes Leben mir, meinen neuen Vater haben. Und mein Vater ist... Punkt, 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 Punkt. Julian-Bam. Punkt, 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 Punkt. Wenn in der Geschichte jetzt rauskommt, dass ihr Vater Julian-Bam ist, dann würden Hater natürlich sagen, man hat es im Titel und im Klappentext schon vorhersehen können. Aber sowas machen wir ja hier nicht. Deswegen gehen wir jetzt ganz unbefangen ins erste Kapitel hinein. Let's go. Mein neues Leben. Hi, mein Name ist Layla und ich lebe in Niedersachsen in einem Heim. Haben wir jemals schon so eine spezifische... Okay, mir fällt gerade auf, wir haben relativ selten Stories, die tatsächlich in Deutschland spielen. Deswegen war ich, glaube ich, gerade über die Ortsangabe, dass wir in einem Bundesland sind, sehr erstaunt. Meine Eltern haben mich, seitdem ich auf der Welt bin, wurde ich hierhergebracht und gemobt. Ich bin erst elf und habe, seitdem ich sechs bin, versucht, mich umzubringen. Ähm, ja. Meine Eltern haben mich, seitdem ich auf der Welt bin, wurde ich hierhergebracht. Ich habe, ich verstehe den, ich verstehe den Zusammenhang. Ist ja auch egal, ich verstehe den Zusammenhang nicht. Doch das war erst der Anfang. Dadurch wurde ich immer mehr gemobt. Und ja, weiter geht's. Punkt, 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 Punkt. Es ist immer so, ich finde es immer sehr verwirrend, wenn Leute in ihren Büchern solche sehr traumatisierenden oder eben auch sehr triggernden Themen wie eben, ja, Suizidversuche oder Ähnliches ansprechen und das dann in so einem Nebensatz machen und dann im nächsten Satz gleich, ja, weiter geht's, ist ja auch egal. Ich wollte nur mal sagen, dass jetzt, also wisst ihr, was ich meine? Das ist halt so ein bisschen weird. Weil ich finde immer, wenn man das anspricht oder wenn man eben möchte, dass das den Charakter auch formt und so weiter, dann kann man das doch ausführen. Weil das ist ja halt was, was schon ziemlich tief eingreift in die eigene Psyche oder halt in die Psyche des Main-Characters oder in die Psyche irgendeines Characters, den man halt hat in der Story. Und das ist immer so richtig weird, wenn die Leute das dann in so einem Nebensatz, ja, na dann, äh, machen wir jetzt weiter, so nach, nach drei Wörtern, äh, okay. Leylas Sicht. Wie immer sieh ich im Spielzimmer und beobachte die Kinder, die hier spielen. Immer wenn ich versuche, dass mich jemand nimmt, geht er oder sie wieder. Gedankenstrichen Leila. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Hier ist ein junger Mann, der dich kennenlernen will. Ausrufezeichen, 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 Gedankenstrichen. Was ich doch da sah, war ich wie versteinert. Julian, bam, stand da. Ausrufezeichen, 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 na Mensch, der Julian. Jetzt ist er da, wir sind noch nicht mal irgendwie in irgendeiner Story angekommen, aber er ist jetzt da, super. Ich glaube, ich lasse jetzt die Gedankenstrichen mal weg, weil ich glaube, das sollen hier, äh, Satz, also das sollen hier, ähm, Gänsefüßchen sein, warum auch immer man dann nicht Gänsefüßchen macht, aber ist ja auch egal. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Hä, hä, hallo, ich heiße Layla und ja, ich keine dich. Ich bin dein größter Fan, du bist so toll. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Danke, Layla. Würdest du denn zu mir ziehen? Ja, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Er nahm mich mit hoch zum Abmelden und ging alleine hoch zum Sachen einpacken, doch Lulu kam rein. Na, du Opfer, willst wohl cool werden mit you, hä? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und was dann passiert, wollt ihr nicht wissen. Punkt, 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 Punkt. Eigentlich will ich das schon gern wissen, was dann passiert, deswegen scrollen wir jetzt weiter ins zweite Kapitel. Das zweite Kapitel heißt nämlich Köln. Ich wurde ab dem Harren gezogen und un den Bauch getreten. Dann hat sie mich so lange in meinen Bauch geschlagen, bis ich auf den Boden kroch und Blut gespuckt habe. Punkt, 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 Punkt. Punkt, ganz kurz, stehen da nicht gerade irgendwie irgendwelche vielen Erwachsenen drumrum? Also, Julian Bam hat sie irgendwie, äh, wohin gebracht? Nee. Ach nee, sie ist irgendwo alleine hochgegangen und hat ihre ... Ich bin komplett lost schon wieder. Also, hä? Ich hab das jetzt so verstanden, dass sie mit Julian Bam irgendwie dann wohin gegangen ist und ihre Sachen einfach ... Okay, wahrscheinlich nicht, weil wenn das der Fall wäre, dann wär ich sehr geschockt über das Verhalten aller Erwachsenen, die gerade anwesend sind, aber wahrscheinlich sind gerade keine Erwachsenen anwesend. Okay, lesen wir weiter. Leila, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Oh Gott, wer war das? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Es war Ju, der mich gefragt hatte. Achso, ich dachte, es war Ju, der sie verprügelt hat. Okay, Entschuldigung. Es war Ju, der mich gefragt hatte und mich in die Arme genommen hatte. Ich sagte nur leise, L, Lu, Lu. Punkt, 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 Punkt. Dann wurde mir schwarz vor den Augen. Punkt, 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 Punkt. Juliens Sicht. Als ich sie so gesehen habe, brach mir das Herz. Ich rufe den Krankenwagen, der auch sofort kommt und sie mir nahm. Digga, das ist schon richtig dramatisch hiermit. Sie haben sie mir genommen. Also, mal aus Sicht eines Sannis. Wir sind nicht da, um euch die Leute zu nehmen. Wir sind da, um den Leuten zu helfen. Aber ey, wenn du das so interpretierst, dann okay. Jedenfalls finde ich auch, wie gesagt, sehr interessant, dass in diesem Kinderheim irgendwie niemand anderes ist, der irgendwie eine Aufsichtsperson ist oder irgendwie eine erzieherische Rolle spielt oder so. Weil das da jetzt einfach so, dass jetzt schon die Gäste oder die adoptierenden Elternteile jetzt irgendwie da einschreiten und Krankenwagen. Und das ist auch egal. Als ich zur Betreuung gegangen bin, fragte ich, ob sie gemobbt wurde. Sie sagte ja. Und ich fragte dann, wo ist Lulu? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Sie war das, sagte Leila. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Was? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ok, ich hole sie und wir reden dann. Punkt, 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 Punkt. Lulu, komm sofort her. Wir müssen mit Leilas neuen Vater reden. Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. Sie kam und nahm mich in den Arm und fragte, cool, bist du doch jetzt mein neuer Papa, Ju? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Nein, Lulu, er ist nicht dein neuer Papa. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Wieso hast du Leila blutig geschlagen? Sie liebt im Krankenhaus. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Sie liebt im Krankenhaus. Äh, interessant. Ich wollte Ju als Papa. Diese Hurra hat ihn nicht verdient. Diese Hurra. Das hatten wir schon mal. Wir hatten schon mal diese Hurra. Das war in irgendeiner anderen Bad Girl Story oder so. Da war auch, äh, wurde auch von der Hurra gesprochen. Das finde ich sehr lustig. Diese Hurra hat ihn nicht verdient. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ich wurde wütend, in ging zu ihr. Du wirst so nie Freunde kriegen und ich werde dich anzeigen, da du schon 14 bist. Ausrufezeichen, 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 Klammer auf. Keine Ahnung mir, wie vielten Jahren man strafbar ist, Klammer zu. Sie sah mich geschockt am und bettelte, dass das nicht passiert. Ich ging einfach zum Krankenhaus und wollte einfach nur mit ihr nach Köln. Ausrufezeichen, 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 Punkt, Punkt, Punkt. Mit wem jetzt, mit Lulu oder mit Layla? Was sind das auch für Namen? Es ist so ein bisschen Kreativität, ganz kleines bisschen Kreativität. Vielleicht nur so ein bisschen. Nicht zu viel, wir kennen ja auch was. Wir wissen ja auch, was passiert, wenn zu viel Kreativität im Spiel ist. Aber ja, okay. Jedenfalls, das waren die ersten zwei Kapitel dieser Geschichte. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ich diese Geschichte weiterlesen soll, dann schreibt mir das. Lasst mich das gerne wissen. Oder ja, ich werde eh noch ein anderes Video aufnehmen, weil ich ja, wie gesagt, gerade am Vorproduzieren bin. Und ja, deswegen hoffe ich natürlich, dass euch das gefällt. Und ich hoffe auch, dass ihr damit zufrieden seid, wenn wir damit weiterlesen. Jedenfalls bedanke ich mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Seid ein kleines bisschen nachsichtig mit mir, wenn ich nicht ganz so aktiv in den YouTube-Kommentaren oder auch auf TikTok sein kann. Weil ich eben jetzt, wie gesagt, einen Monat lang weg bin. Und ja, ansonsten, die Videos kommen. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit denen. Und dann hört ihr mich nächste Woche. Bis dahin, lgme. Die Geschichte, die mir zugekommen ist, heißt Papa. Scheiße, ich wollte eigentlich, oh mein Gott. Ich habe vergessen, wie das Satzzeichen heißt gerade. Das ist noch nie passiert. Ich habe vergessen, wie ein Punkt heißt. Okay. Gut, da habe ich das jetzt auch abgehakt. Ich wurde ab dem, ab dem, ach, große Warte. Okay. Ich wurde ab dem Harren. Okay.